Doch was ist Verbundenheit eigentlich? Für uns bedeutet Verbundenheit etwas ganz Einfaches und dennoch Wesentliches. Wir glauben, dass jeder Moment, den wir zusammen verbringen, zu einer besonders wertvollen Erinnerung wird. In erster Linie verbindet uns die Porsche DNA, die durch unsere Adern fließt. Als Porsche-Familie feiern wir zusammen. Lachen wir zusammen. Planen und erschaffen wir zusammen. Zusammen begeben wir uns auf Abenteuer. Und erreichen unsere Ziele schneller. Ziele, die unsere Herzen höher schlagen lassen. Zusammen entdecken wir neue Möglichkeiten und schaffen Erlebnisse, die uns für immer in Erinnerung bleiben werden. Ziele, der gem Barbara Onzee. res uel nice Untertitelung. BR 2018 Zusammen treffen wir die wichtigsten Entscheidungen, schlagen die außergewöhnlichsten Wege ein und machen selbst die größten Träume wahr. Zusammen erschaffen wir Einzigartiges und machen das scheinbar Unmögliche möglich. Wir sind prüven bei Dreams, Menschen, die wissen, was sie wollen und voller Motivation, Willenskraft und mit Selbstvertrauen zur Tat schreiten. Und so kommen wir zusammen voran. Höher, schneller, besser, weiter. Kurz zusammengefasst. All das und mehr bedeutet für uns Further Together. Ein besonderes Lebensgefühl, das wir auf die Straße gebracht haben. Keep me like the ember, keep me like the fire, keep me like a collar, keep me like the night, keep me like the ember, the night. Das Ergebnis der neue Porsche Cayenne. Erleben Sie ihn bei uns im Porsche Zentrum Augsburg. I am the mountainin' above the sea, you are the river that flows in between, I am mountainin' above the sea, you are the river that flows in between, I am heaven. Keep me like the earth, keep me like the fan, keep me like the şeyler, keep me like the night. Lassen Sie uns zusammen seine vielen Facetten entdecken und einsteigen ins Abenteuer. Wir wünschen Ihnen dabei viel Fahrspaß. 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 Untertitelung des ZDF, 2020